Musik Hi, ich bin Stocki. Ich bin schon ein bisschen hier am Ufer unterwegs. Das Problem aber, dass ich jetzt eigentlich nicht mehr weitergehen möchte. Weil Munitionsreste, das muss nicht unbedingt sein. Jetzt muss ich mir kurz überlegen, wie es weitergeht. Und dann melde ich mich nachher nochmal. So, da sind wir. Ich habe schon mal ein bisschen angefangen. Hier. Ein bisschen die Kollekte zu füllen. Und das hat keine 10 Minuten gedauert. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Also es ist für das anstehende Projekt auf jeden Fall nicht der Platz Nummer 1 der Hoffnungsträger. Hier gibt es zwar Kram, da hinten liegt noch eine ganze alte Rückbank aus weißer Geier, was für ein Jahr. Kabel findet man und mal so eine Grillrückse. Die wäre also Hygieneartikel. Na gut, wir haben jetzt kein Schiff und wir können keine Geisternetze aus dem Meer holen. Aber wir können andere Sachen machen. Zu tun gibt es immer. Ich schaue mal, ob ich gleich eine andere flussabwärts noch ein bisschen was finde. Und dann gibt es ein kleines Mittagessen. Heute ohne Kochen und Feuer. Ja, wahrscheinlich. Viertel vor eins haben wir es. Jetzt erst mal Pause. Bis zum nächsten Mal. Tja, es wird wohl auch Boot gefahren. Hier auf der Agat. Gajak. Muss ich auch mal schauen, ob wir vielleicht auch mal hier eine kleine Tour machen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020